Mein Name ist Peter Bregliger, ich bin Mitinhaber und COO der Stöckli Metall AG. Wir sind ein Blechbearbeitungsunternehmen und beschichten im Auftrag unserer Kunden verschiedenste Teile, wie zum Beispiel Pflanzengefässe, Lüftungsgitter, Briefkästen, medizinische Apparate, Haushaltmaschinen und vieles mehr. Wir applizieren Pulver und Nasslack und die geforderten Schichtdicken variieren von Teil zu Teil. Der Codemaster Flex ist für uns ein unverzichtbares Gerät geworden. Der Codemaster Flex ist sehr einfach zu bedienen und wir können dank ihm frühzeitig Fehler beheben. Wir messen die Schichtdicke vom Pulver direkt nach der Applikation. So können wir das Material in der genau benötigten Dicke auftragen. Das erspart uns Material und allfällige Nachbearbeitungen. Ich kann den Codemaster Flex nur empfehlen.